einen wunderschönen guten hallo euch allen da draußen ich sage extra ein wunderschönen guten hallo weil dann muss ich nicht sagen tag morgen oder abend weil das kann ich ja sowieso nicht sagen man sieht es ja doch dass sie dass sie unrasiert bin ich heiße euch willkommen zu einer neuen aufnahmesitzung hier sollte man auf der hut sein alter kannst du mal die klappe halten ich bin gerade dabei die leute zu begrüßen mann 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 immer diese quasi schritten nun ja wir kommen zurück nach 17 folgen glaube ich aus dem aus der playlist des addons und ich muss gleich mal von vornherein sagen erst mal das ist der dritte versuch dieser aufnahmesitzung ich erzähle später warum es war mal wieder ein fiasko und ja ich muss mich bei euch entschuldigen ich habe mich ja sowas von lächerlich gemacht ich sag nur mama deutsches da sage ich noch so groß schnauzig ja falls ich was übersehen haben sollte natürlich hast du was übersehen man kann gar nicht mehr übersehen als das zögelchen ich hätte mich aber fragen sollen wo dieser innenhof ist von dem wir die ganze zeit aus beschossen wurden am anfang nur und wo auf der anderen seite auch der sniper war dieser arme schien das ist ein sniper hat sich wohl selber seine sniper knarre am ende in den mund gesteckt und gesagt wenn der honk mich nicht erschießen will dann mache ich das sonst muss ich hier alleine sterben weil er hat alle meine kollegen tot gemacht ja wir müssen zurück zu mama deutsches alter laber fritze komm herr ja wir können ja uns teleportieren wir machen uns gleich auf den auf die beine nach mama deutsches valley american foot und not on foot bad on teleporter ja und dann wollen wir mal sehen dass wir auf diesen ich habe es ja gesehen da als wir die aufnahme dann angeschaut habe alter ich habe es doch gesehen dass da das sind also dass ich die hälfte übersehen habe von der fabrik so hier hinten sind wir einstmals zuerst reingekommen ich lasse den volkswagen gleich mal hier weil falls da irgendwie noch ein paar versplinkte chinesische soldaten drin sind wir warten alter wenn es ja sei still so fängt wieder gut an ja ist eine weile her seit der letzten aufnahme wahrscheinlich muss ich erst mal wieder reinkommen ach ja ich sollte vielleicht meine waffe ziehen ja hier ist jetzt ja sowieso nichts na ja und ich habe die aufnahme jetzt zum dritten mal ist das jetzt der dritte versuch dieser aufnahme so hier hinten irgendwo war der durchgang alter und ich bin ja noch rausgegangen hier irgendwo ja hier mama deutsches ladehof ich habe es gesehen auch in der aufnahme ich habe die aufschrift auf der tür gesehen ich bin kurz rausgegangen und habe gesehen aha da ist ja mein forks gar nicht ja ich habe mich so geschämt und wahrscheinlich habe ich die halbe fabrik nicht ausgenommen schauen wir mal ich habe keine waffe am start welche nehmen wir denn mal erhalt ja gut gegenstände ich muss dass man wieder reinkommen ist wirklich eine weile gewesen ich hatte eine menge aufgenommen ja die letzten 17 folgen für diejenigen die sich gewundert haben warum da kommt dann kann beim konkurren auf der playlist nichts mehr na ja du hast nicht zugehört das ist schön nun ja hier waren ja irgendwo unten da guckt da sind dies versplenkt nicht chinesen da oben waren da oben waren wir genau und da drüben irgendwo ist noch ein scharfschütze wenn er sich nicht die knarre in den mund gesteckt hat weil er gesagt hat wenn der klang mich nicht erwähnt wenn der hong klang warte mal da haben wir schon spezialisten der was dazu sagen kann ich meine sehen die meisten jetzt hier aus dem let's play kennen ihn wahrscheinlich noch gar nicht wohl holger das ist holger das einzige halal schwein er wird auch von muslimen gemocht weil er ist nicht aus schweinefleisch und insofern verführt er niemanden zu der sünde ihn zu essen denn wer wird schon in gummi beißen sag mal was holger ja holger hat eine eigenschaft er kann nämlich nur gronk sagen er ist ein bisschen geistig daneben aber er ist ein großer gronk fan er ist das schlimmste name dropper schwein ja hörst du hier in der gronk gronk alter holger setz dich auf nee holger kann nicht auf meiner schulter sitzen der 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 macht mir auch immer auf die beine ne auf jeden fall der gronk holger ist der größte gronk fan auf erden wer gedacht hat ich wäre der größte gronk fanboy was man mir ab und zu mal unterstellt holger toppt ihn holger sag's noch mal du machst wieder riesengroße pegel in die aufnahme das muss ich nachher alles wieder limiten alter dieses name dropper schwein ja aber er ist halal hat sich doch nicht erschossen in der freund ja guck jetzt hat er endlich erst endlich erlöst erst endlich erlöst ja da kommen wir raus da müssen wir rein dann gucken wir mal ja ein bisschen was von dem hier habe ich schon gemacht letztes mal in den aufnahmen die nichts geworden sind das erste mal verschlossen leichter kriege ich das das erste mal habe ich ganz einfach komplett ja ich habe mich so oft versammelt und ich hatte keine gute laune und so weiter und so fort und das zweite mal habe ich dann eigentlich ganz gut was gepackt und dann ist ein bug gekommen da war ich dann hätte habe ich dann mal deutsches etwas später gemacht ist ja ich lute mal und erzähle euch und da ist ein bug gekommen dass ich eine tür die wir vorher öffnen konnten nicht öffnen konnte und ich konnte somit hier sind wir schon gewesen da müssen wir nicht mehr hin sondern ich kann es sein dass wir hier schon gewesen sind habe ich vielleicht einfach nur den wof nicht gesehen also es müsste irgendwo da drüben sein wo wir noch nicht waren ich werde mal versuchen hier wirklich alles zu durchsuchen ich habe auch gesehen dass ich an bestimmten stellen zum beispiel diesen teller habe ich nicht gelootet wie kann ich nur hier waren wir auf jeden fall schon ich glaube hier bin ich nie lang gegangen hier war das glaube ich hier war ich noch nie noch im boden habe ich bisher nicht gesehen und erste hilfe kasten verschlossen sehr leicht sehr leicht ja sieht so aus gut was machen wir heute weiß ich noch nicht erstmal machen wir hier mal deutsches leer also was hier noch zu holen ist ein bisschen junk loot looten wie zum beispiel das was was willst du alter du hast mich erschrocken da fiel sein da fällt sein auge raus kann das immer wieder abgefahren wie viele kleine details die in die modelle in die player models reingebaut haben also die das schadensmodell hier geht es noch runter ja ich gebe es zu ein paar von den ecken hier habe ich auch schon in der versplankten aufnahme also wo es nicht funktioniert hat mir angeschaut aber ich habe keine erinnerung mehr daran ich habe mir das einfach nicht gemerkt also das hier weiß ich hier waren wir noch nicht ja hier gibt es noch einiges zu holen es gibt ja einiges zu holen in dem laden ja ok hoffen wir mal dass die aufnahme heute was wird noch mal anfangen werde ich sie nicht dann rich könnte ich einfach das let's play das wäre das erste mal dass ich sowas mache gut das englischsprachige let's play von minecraft habe ich nicht weiter gemacht aber das hat einen anderen grund gehabt also das wäre dann hier das erste let's play was ich will schwitte und deswegen mache ich es nicht nö ich bin kein quitter ich bin ja auch nicht mehr bei twitter so ich hoffe euch geht es allen da draußen super ich hoffe ihr seid nicht von der riesengroßen maria kronwelle dahin gerafft worden ja gröner wird es denn jemals ein ende haben ich dachte ja jetzt eigentlich dadurch dass halt diese ganze umikron geschichte jetzt halt schlapper ist und haben ja auch alle gesagt dass jetzt endlich mal feierabend wäre aber nicht wahrlich man muss das pferd ja noch zu tode reiten das schon tot ist also es muss ja erst in seine einzelteile zerfallen erst dann kann man aufgeben ja vor allen dingen man hat ja so viele impfdosen bei wird manchmal erstmal bei biontech pfizer geordert hat ja und haben ja unsere regierungen für uns gemacht und die müssen jetzt natürlich alle aufgebraucht werden da kann man nicht so schnell aufhören deswegen haben sie es auch so mit dieser impfpflicht weil der ganze scheiß muss auch gebraucht werden solange kriegst du keine ruhe man ist der sweet spot da genau okay habe doch eine ganze menge haarklammern irgendwie aus dem eldon mitgebracht so also den keller raum den habe ich ja auch schon gesehen in der verschollenen aufnahme die ich nicht veröffentlicht habe war auch wirklich nicht lange ich will hier auch nicht wirklich lange drin rumhängen wir haben noch so viele sachen zu gucken aber ich will natürlich auch nicht dass uns irgendwas hier verloren geht vielleicht gibt es hier noch irgendwas ganz tolles also eigentlich haben wir die geheimnisse von mama deutsch ist nämlich dass es eine chinesische lauschgift posten war das haben wir ja eigentlich schon alles raus und guck mal wie viel flut hier ist noch das kann uns doch nicht einfach so egal sein guck mal hier noch ein nuka cola verkaufsautomat war das nicht mal so dass wenn man dagegen gelaufen ist da ist der ladehof wieder ah ja hier war der hier ist der versplenkte chinesische offizier ach freund jetzt kannst du endlich frieden finden wo ganze bullets mama deutsches lebensmittelfabrik so jetzt sind wir also auf der anderen seite gewesen ich zeige euch das noch mal da drüben da hat er uns immer beschossen da genau so ich wusste gar nicht dass das ding so ein geiles visier hat das ist ja so waren wir hier schon die also ganz klar ihr werdet so lange von dem gröner scheißdreck keine ruhe kriegen entschuldigung wenn ich das mal so krass sage bis die die impfdosen die sie eingekauft haben unsere regierung haben da ja also nicht nur impfdosen gekauft sondern sie haben ja schon verträge abgeschlossen für die nächsten 200 jahre sage ich jetzt mal einfach so zerbeulte blechdosen ist das denn dann noch das ist das blechdosen kann ich den koffer dann mal wegziehen geht das nur der ist not move will der ist eine immobilie ok und ich finde es ja auch immer wieder lustig wenn die leute so sagen wo die ja warum lässt du dich denn ich impfen ist doch alles ist doch alles umsonst kostenlos du bezahlst von deinen steuergeldern und man hat dich nie gefragt oder glaubst du etwa jens spahn oder jetzt lauterbach bezahlen die impfdosen aus ihrer eigenen tasche natürlich morgen kommt der weihnachtsmann und tanzt mit dem nikolaus und dem osterhase tango ist schon klar guck mal hier im fleisch und bohnen in der toilette das ist ja ja war ja auch immer so wenn ich auf klo gehe damit besser rutscht hole ich mir erst mal eine dose bohnen raus und lese erst mal ein bisschen ganze bullets ja ja die steht eine bruderschaft hat hier mal ja ganz doll dran gehabt aber was da noch liegt chinesische offiziere sind wir schon reingekommen kann das sein ja das muss es sein ja warum habe ich dann den chinesischen offizieren nicht gelootet weil ich erst mal hier war ne so wie sieht es denn hier aus hier ist mal gar nichts ich will noch mal auf den ladehof hinten gehen ob ich da irgendwas verpasst habe ich habe jetzt doppelt panik hoch kummer den haben wir doch hier oben abgeschossen das war doch der der irgendwas gesagt hat wie also die impfung ist nicht umsonst nicht kostenlos umsonst vielleicht schon in einer gewissen weise so ich habe nämlich hier vorhin noch lange guckt und da war hier ein tor erfordert schlüssel weißt du was ich werde jetzt nicht das ganze die ganze fabrik untersuchen nach neuen schlüssel ich finde jetzt ich habe da genug gesucht also wenn ihr noch irgendwas gesehen habt was ich übersehen habe das werde ich nie wieder sagen weißt du was das machen wir mit der konsole auf ich habe die schnauze voll so das geht ganz einfach aufs tor klicken und dann lockt ja tastatur mal wieder unter dem unter dem mikrofon unlock unlockt tor tor so dann gehen wir mal durch erst mal spaß das wird knallen ja ich kann die zukunft voraussehen ich glaube hier sollen wir nicht sein ist das ist dass ich noch mal lieber ein schnellspeicher stand damit ich nicht irgendwie aus der welt falle schaut mal ja 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 so liebe kinder sieht es aus wenn man aus der welt glitscht ich denke mal die wollten hier irgendwie wohl noch in irgendeinem addon das niemals kam noch was anbauen stattdessen kann man hier in die unendlichkeit gehen und so wie ich die bestest games kenne kann man das tatsächlich machen und das witzige ist ja dann ist nur das gebäude wo man als letztes war teilweise zu sehen ja ja so kenne ich das schon warte wo war das vorlauten weg aus da habe ich mich mal aus der welt geglitscht indem ich die kollisionen deaktiviert habe per konsole ist ein sehr gefährliches unterfangen weil manchmal gefällt es dann mein kopf wollte ich gerade sagen fallout oder dem spiel im jeweiligen spiel als einfach mal da liegt noch ein versprengter chinesischer soldat aber den kann ich mir nicht holen weil ich logisch außerhalb der welt bin ich gehe mal lieber wieder in die welt wenn ich da wieder reinkomme ich hoffe mal deswegen liebe kinder spielt man nur sehr ungern mit denen da ist der chinesische soldat ja den hat es wohl bei der explosion irgendwie weg gehauen ich bin überlastet und kann nicht mehr laufen das fängt ja früh an wie lange habe ich aufgenommen aber gerade mal 15 minuten ich glaube es hat so dann habe ich jede menge lustiger sachen zum reparieren das habe ich bewusst woher wohl chinesische stunden gewählt ja fackeln im stuhl ja es hat ja noch keiner gesagt ich soll aufhören mit diesem rassistischen kram das ist gar nicht rassistisch chinesischer schmutziger overall warum müssen sie eigentlich immer schmutzig sein haben chinesen durch schmutzige overlaps also ich kenne die chinesen eigentlich die chinesen die ich kenne als sehr sauberkeit liebende menschen das ist komisch aber wahrscheinlich weil es die post apokalypse ist warum eigentlich nicht die e mail ab ich will mal was ausprobieren ich habe gerade eine blöde idee und da ist noch ein mülleimer ja ich hab's doch bewusst alter vor kriegs geld und wunderkleber es gibt doch noch was zu holen in der hütte wir können noch einmal irgendwie durch die hütte durchgehen nur was ausprobieren denn ich sehe diesen dammster da drüben und wenn ich es aber warum konnte ich nicht springen ich versuche das noch mal so ja 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 und heute bin ich mal wieder kontrovers drauf weil mir das auf den sack geht ich dachte jetzt wäre langsam mal diese polona scheiße zu ende nachdem leute wie boris johnson und alle möglichen leute sich so weit aus dem fenster gelehnt haben und gesagt haben wir hören ganz einfach mal mit dem ganzen den ganzen maßnahmen dreck auf ja und es ist schmutz so kannst du sagen was du willst ja ich weiß ich könnte schon wieder über so viel abdreht abdrehen sage ich euch nee aber sagen wir doch lieber mal was gutes was gibt es gutes zu sagen fragt nicht ihr habt gerade deswegen ist auch die aufnahmesitzung zu ende gegangen eine fette depressive episode durch ja war einigermaßen scheiße habe ich richtig übel gefühlt es ist einfach dieser 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 nicht enden wolle der herbst irgendwie nicht mal winter wir haben ja gar keinen richtigen winter wir hier in unseren breitengraden wegen des menschgemachten klimawandels natürlich ja ziemlich mehr freuen so ich glaube nicht dass wir hier noch mehr haben da allerdings zum tree da geht es nicht weiter okay weißt du was wir uns unseren nee das wäre komisch wenn ja hier muss irgendwo in chinesen köpfchen rumliegen der ist nämlich von der decke gefallen wisst ihr ne oder ist das die falsche tür ich glaube es ist die falsche tür ok erstmal schluck kaffee ja es ist die falsche tür hier haben wir die hier habe ich die autos in die luft gejagt und die und das ganze durch die gegend gesprengt somit sind wir offiziell nach meinem dafürhalten übrigens mal wieder die eilaf hamburg kappe ich dachte mir schon wenn holger wieder dabei ist holger sagt noch mal hallo er kann nur grong sagen ja ja das ist das ist so eine leichte geistige behinderung die er hat weißt du holger sollte nämlich geschlachtet werden und er war schon im schlachthof und hat auf seinem handy als letztes hat er eine grong folge gesehen und das hat bei ihm dann halt sich festgehakt und seitdem ich warte ich hatte auf ihre seitdem ist grong sein leben also machen wir uns auf die beine holger hat mir gerade auf die beine gemacht jeder stinkt heute ja ich weiß ich bin heute wahrscheinlich noch alberner als sonst wir sollten mal ausrüstung tauschen gerne doch ich gebe die erstmal nur das crafting material rüber den rest sehen wir dass wir das irgendwie verkaufen und das altmetall natürlich auch also alles was bleiben soll alles was bleibt das gebe ich holger wollte ich gerade sagen ich nenne ihn ab jetzt holger und holger du bist ab jetzt hobi alter ich komme dann komplett durcheinander das sollte ich besser nicht machen ich bin heute glaube ich für sowas nicht geschaffen also ich bin auch noch immer nicht ganz aus der debri raus und hier mal einen gruß an eine bestimmte person typ hör auf alles nachzumachen jetzt hast du sogar meine depressionen die hast du ganz einfach mal eben zu deinen diversen krankheiten die du sonst hier noch angeeignet hast ja und ich sage das ganz einfach so dazu addiert und ich finde es einfach peinlich mach doch mal was eigenes dass du sogar jetzt schon meine depression kopieren muss ja also wenn es nicht das letzte wäre was ich tun würde dann würde ich ja glatt mal irgendwie vielleicht dann doch mal aus dem fenster springen um mal zu schauen aber das auch noch nach macht jetzt ist nicht von wem ich rede